Schauspieler Peter Sodan wurde deutschlandweit mit seiner Rolle als etwas grummeliger Hauptkommissar Bruno Ehrlich im Tatort bekannt. Am Freitag, 5. April, ist er im Alter von 87 Jahren in Halle an der Saale gestorben. Das teilte seine Familie am Sonntag mit. Er sei friedlich eingeschlafen. Gemeinsam mit seinem Schauspielkollegen Bernd Michael Lade trat er in 45 Tatortfolgen auf und wurde zu einer festen Größe der Kult-Krimi-Reihe, die wöchentlich tausende Menschen vor die heimischen TV-Geräte zieht. Den größten Publikumsmagneten bilden dabei die Episoden aus Münster, Nordrhein-Westfalen, bei denen schon seit Jahren die Schauspieler Axel Prahl und Jan-Josef Liefers als mitunter skurriles Ermittler-Duo auf Verbrecherjagd gehen. Sodan spielte von 1992 bis 2007 die Hauptrolle im Tatort aus Dresden bzw. Leipzig. Wie auch wird er berichtet. Der Schauspieler stammte aus dem sächsischen Meißen, wo er am 1. Juni 1936 als Sohn eines Arbeiters geboren wurde. Nach einer Werkzeugmacherlehre und einem Ausflug ins Fachjura studierte er an der Leipziger Theaterhochschule. Nebenbei leitete Sodan ein Kabarett, das 1961 wegen eines als konterrevolutionär befundenen Programms aufgelöst wurde. Wegen staatsfeindlicher Hetzer wurde Sodan verhaftet. Neun Monate saß er in der DDR im Gefängnis, später bespitzelte ihn die Stasi. Einen Namen machte er sich auch als Theatermacher. Als Intendant formte er an seinem Wohnort Halle eine einzigartige Kulturinsel mit mehreren Spielstätten. In der DDR erhielt er 1986 den Nationalpreis. 2001 wurde er auch mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.